KNICHEL Abonnenten zähle ich jetzt auf. Nein. Und zwar möchte ich noch am Rande erwähnen, dass die Krone von Arcus, der Kinofilm, in dem ich ganz klitzkleine Rolle hatte, den gibt es jetzt auf DVD zu kaufen. Außerdem seht ihr mich natürlich weiterhin bei Leider Lustig im Key Car. Jeden Samstag 17.20 mit Marty Fischer zusammen. Und der Vorverkauf für das Musical The Addams Family, in dem ich den Onkel Fester spiele, der startet am 3. Dezember. Also gut, schnell alle Vorverkauf hier, musical-company.net Da könnt ihr Karten kaufen. Und falls ihr von irgendetwas davon noch nichts gehört habt, dann könnt ihr meine Vlog-Reihen zu den jeweiligen Themen gucken. Also klickt hier für die Voice of Germany Vlogs, hier für die Krone von Arcus Vlogs, hier für Leider Lustig und da für The Addams Family Musical Proben Vlogs. Und hier könnt ihr mich übrigens abonnieren. Und jetzt ist der Bildschirm auch so voll, dass ihr mich nicht mehr sehen könnt. Aber egal. Bis dann. Voice of Germany gucken, Donnerstag und danach knichel YouTube. Wahh-ahhhhhh. Covid-19